Hi, gut, dass du da bist. In diesem iWiLern-Video geht es um folgende Frage. Wie funktioniert ein aktives Plenum und wie kann es sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden? Schauen wir dazu zunächst auf die Wörter aktiv und Plenum. Im Duden finden wir für das Wort aktiv zum Beispiel die Bedeutung tatkräftig und zielstrebig. Das Wort Plenum steht für die Vollversammlung aller Mitglieder. Auf die Schule und deine Klasse bezogen stehen die Mitglieder also für alle Schülerinnen und Schüler, die möglichst tatkräftig und zielstrebig handeln sollen. Bei der Methode des aktiven Plenums versucht ihr zum Beispiel Probleme oder Aufgaben wie mit einem gemeinsamen Gehirn zu lösen. Wenn wir in diesem Bild bleiben, sind die einzelnen Schüler Gehirnzellen, sogenannte Neuronen, die miteinander verbunden sind, sich austauschen und erst durch ihre Vernetzung wie in einem gemeinsamen Gehirn auf Ideen kommen und Aufgaben bzw. Probleme lösen. Wie arbeitet ein Gehirn? Neuronen leiten Impulse im Gehirn rasend schnell weiter. Folglich müssen Gedanken im aktiven Plenum auch sofort ausgesprochen werden. Jede Schülerin und jeder Schüler ist dabei wichtig. Ein Gehirn funktioniert dann gut, wenn möglichst viele Gehirnzellen aktiv sind. Bewertungen finden im Gehirn erst später statt. Deshalb müssen Beiträge offen und wertfrei geäußert werden dürfen. Keine Angst vor Fehlern. Die sind wichtig und helfen oft bei der Problemlösung. Schauen wir uns jetzt an, wie die Methode des aktiven Plenums konkret im Unterricht aussehen kann. Ausgangspunkt ist eine Frage, Aufgabe oder ein Problem. Zunächst werden ein Moderator und ein Schreiber bestimmt. Der Lehrer geht möglichst nach hinten und der Rest der Klasse bildet das Plenum. Im Plenum ist es außerordentlich wichtig, dass ihr euch gut zuhört, wenn Beiträge ausgesprochen werden. Optimal ist, wenn ihr euch aktiv zuhört. Schaut denjenigen an, der gerade spricht. Stellt Nachfragen und fasst gerne den Beitrag einer Mitschülerin oder eines Mitschülers in eigenen Worten zusammen, um sicherzustellen, dass alles richtig verstanden wurde. Zum Beispiel, habe ich dich richtig verstanden? Du meinst also das und so weiter. Sprecht Fragen immer sofort aus. Fragen können sich auf die Aufgabe oder auf Beiträge der anderen beziehen. Es ist wichtig, dass ihr Fragen nicht nur sammelt, sondern auf die Fragen eurer Mitschüler eingeht und versucht, diese zu klären. Insbesondere für das Zuhören und gemeinsame Gespräch solltet ihr eine geeignete Sitzordnung herstellen. Häufig gibt es vor dem aktiven Plenum eine Phase, in der du dich zunächst alleine und anschließend in Partnerarbeit mit dem Problem beziehungsweise der Aufgabe auseinandersetzt. Dabei können Texte und oder Lernvideos wichtige Informationen liefern, um das nötige Wissen für die Lösung der Aufgabe beziehungsweise des Problems erarbeiten zu können. Das Gespräch im Plenum muss moderiert werden. Der Moderator nimmt dran, achtet darauf, dass das Ziel nicht aus den Augen verloren wird, achtet auf die Zeit und sorgt dafür, dass Fragen nicht nur gesammelt, sondern auch geklärt werden. Der Schreiber notiert Wichtiges und versucht übersichtlich, zum Beispiel in Form einer Mindmap, Beiträge zu strukturieren. Der Umfang des Mitschreibens hängt immer vom Unterrichtsfach und der Aufgabenstellung ab. In Mathematik wird es beispielsweise oft sinnvoll sein, komplette Lösungswege mitzuschreiben. In anderen Fächern und bei anderen Aufgabenstellungen müssen übersichtliche Darstellungsformen gefunden werden. Weniger ist damals mehr. Der Lehrer sollte bei der Methode des aktiven Plenums so unsichtbar wie möglich werden. Er kann Impulse geben, wenn das Gespräch stockt oder am Ende offene Fragen klären beziehungsweise bestimmte Dinge akzentuieren. Die Methode des aktiven Plenums funktioniert besonders gut, wenn strittige Fragen besprochen werden und es nicht nur eine Lösung beziehungsweise keine eindeutigen Antworten gibt. Die Methode ist in allen Fächern einsetzbar, zum Beispiel zur Lösung von Aufgaben in Mathematik oder bei der Interpretation und Analyse von literarischen Texten im Deutschunterricht. Stoppe jetzt das Video und mache die Notizen zu diesen Fragen. Klärt die offenen Fragen untereinander mit eurem Lehrer oder vielleicht sogar schon im aktiven Plenum. Jetzt solltest du eine Vorstellung davon haben, wie das aktive Plenum funktioniert und wie es im Unterricht eingesetzt werden kann. Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte und freue mich über folgende Kanäle von dir zu hören.